Ich bin der Meinung, dass die Personen, welche sich nicht auf das Chaos vorbereiten, innerhalb der nächsten Tage und der nächsten Zeit, dass die eine böse Überraschung erleben können. Denn das FOMC Meeting ist das relevanteste, aber auch das umstrittenste Event, was ansteht und das alleine innerhalb von einem einzigen Tag. Zusätzlich haben sich die Gegebenheiten innerhalb von einem Monat drastisch verändert. Dementsprechend habe ich verschiedene Informationen und verschiedene Meinungen mir eingeholt und möchte die mit euch teilen. Plus, so wie meine eigene Meinung am Ende des Videos noch mit hinzufügen. Ansonsten gehen wir aber auch auf den Kryptomarkt ein, auf die relevanten Altcoins und hier sticht insbesondere Phantom und Tia ans Auge. Und der Binance-Gründer Changpeng Zhao ist ab dem 29. September wieder frei. Was das für Auswirkungen hat, im Generellen auch Polygon möchte ich besprechen. Ebenso möchte ich aber auch nochmal ein Abschlussvideo bezüglich Swiss Money machen. Und des Weiteren gehen wir auch auf die Bitcoin ETF und auf die Ethereum ETF flows ein. Ein paar sehr interessante Gegebenheiten, die sehr schön sind meiner Meinung nach. Ebenfalls aber auch auf die Bitcoin bzw. auf die Binance Liquidation Heatmap, was wir hier sehen. Und wir gehen auch auf weitere Indikatoren und Charts ein. Ebenso habe ich auch einen weiteren Altcoin-Chart angefertigt, aber somit auch erstmal ein recht herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Tekken Crypto. Freut mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Meiner Meinung nach ist dieses Video ein Pflichtvideo, wenn man sich ganz genau vor Augen halten muss, hey, der September, der ist noch nicht vorbei. Und ja, wir kommen jetzt auf jeden Fall ins Staffelfinale. Denn die erste Zinskürzung, die ist antizipiert wie noch nie, aber hier herrscht unglaublich viel Unsicherheit. Und Unsicherheit birgt sich in Volatilität und genau das wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage kommen. Also, falls du immer up-to-date gehalten werden möchtest, lass mir sehr gerne ein Abo da sowie auch die Glocke aktivieren. Dann verpasst du auf gar keinen Fall eines der neuesten Updates. Und mit einem Like unter das Video sowie dem täglichen Algorithmus-Kommentar ist mir natürlich immer geholfen. Im letzten Video haben wir ganz knapp das Ziel von den 1000 Likes verfehlt, aber immerhin 955 Likes auf 8200 Aufrufe. Auch hier wirklich grandiose Leistungen. Ansonsten starten wir gleich mal rein nach dem Disclaimer. Zu dem FAT-Meeting selbst muss ich eigentlich nicht mehr so viele Worte verlieren. Interessanterweise ist es aber so, dass wir, beziehungsweise der Markt jetzt davon ausgeht, dass wir eine höhere Zinskürzung bekommen. Nun zu 65%. Und wenn wir uns hier mal die Gegebenheiten anschauen, dann ist es sehr, sehr interessant. Und wir hatten vor einem Tag eine 62%ige Chance, dass wir die höhere Basispunktreduktion bekommen. Nun schon 65%. Schauen wir aber innerhalb der letzten Woche zum 10. September. Da war die Chance tatsächlich noch auf 34% lediglich. Also in der Unterzahl. Jetzt haben sich die Wahrscheinlichkeiten geflippt. Vor einem Monat war es sogar noch eindeutiger. 25%. Das war die Chance, dass wir hier die höhere Basispunktreduktion bekommen. Warum ist das jetzt relevant? Wie gesagt, nur in Kurzfassung. Das habe ich in den letzten Videos auch definitiv zur Genüge besprochen gehabt. Aber die Sorge ist die folgende. Wenn wir eine höhere Basispunktreduktion bekommen, dann könnte es den Anschein vermitteln, hey, ist es in der Wirtschaft vielleicht doch kritischer? Oder warum müssen wir hier so stark eine Basispunktreduktion bekommen? Und damit gehen sehr, sehr viele verschiedene Faktoren einher. Beispielsweise haben wir Kryptozuflüsse innerhalb der letzten Woche auch gesehen. Und zwar von 436 Millionen US-Dollar. Klar, wegen den Zinssenkungen. Das heißt, es ist irgendwo auch ein zweischneidiges Schwert. Und das große Problem liegt einfach darin, dass man sich nicht sicher ist oder dass wir nicht im Vorhinein prognostizieren können, genauso wird es losgehen, genauso wird es abgehen. Und dementsprechend, ja, gibt es auch hier zwei Lager. Und wir haben auch ein Video veröffentlicht gehabt vor drei Wochen, wo ganz genau aufgezeigt wurde, dass immer wenn die Zinsen gesenkt wurden, dass es eine kleine Euphorie gegeben hatte, aber danach in einem recht großen Crash resultierte. Bis die Zinsen komplett gesenkt wurden. Und da dieses Meeting hier offensichtlich den Startschuss bietet, denn die Wahrscheinlichkeiten stehen nahezu zu 100 Prozent, zumindest ist es das, was der Markt auffasst, dass wir eine Zinskürzung sehen, da wissen wir, der Startschuss wurde gesetzt. Dementsprechend sehen wir aber aktuell, dass wir Zuflüsse in sehr, sehr vielen Assets sehen, außer in Ethereum. Das ist unfassbar interessant, da gehe ich auch noch gleich drauf ein. Aber im Generellen nimmt es der Markt, wie mehr oder weniger erwartet, positiv an. Genau so, wie wir es auch in dem Video besprochen haben. By the way, das Video verlinkt ich auch am Ende. Falls du es noch nicht gesehen hast, sehr, sehr gerne anschauen. Dementsprechend schauen wir uns auch mal an, was Star-Analysten zu dieser gesamten Thematik sagen. Bernstein sollte auch einigen ein Begriff sein, denn die sind recht gleicher Meinung wie ich, was den Bullrun anbelangt. Habe ich ebenfalls auch ein Video dazu veröffentlicht gehabt. Und laut Bernstein können wir auf jeden Fall viel von dem Bullenmarkt und von dem Bullrun erwarten. Und sie sagen ebenfalls, Krypto könnte bei den Zinssenkungen in den USA boomen. Denn wenn die Zinssätze gesenkt werden, dann sollte es im Endeffekt auch die Krypto-Liquidität steigern. Insbesondere in DeFi sieht Bernstein hier eine sehr hohe Chance, beziehungsweise auch sehr hohe Renditemöglichkeiten. Und wie gesagt, da sehen wir, es gibt zwei verschiedene Lager. Die einen sehen es negativ, die anderen sehen es positiv. Dementsprechend viel Unsicherheit ist am Markt auf jeden Fall mit drin. Zu den Chart-technischen Indikatoren kommen wir auf jeden Fall am Ende des Videos nochmal drauf. Denn der Bitcoin ist wieder auf den 60.000 US-Dollar und das sieht sehr interessant aus. Interessanterweise forderte die Senatorin Elizabeth Warren 75 Punkte Zinssenkung in einem Brief. Und die Begründung, um potenzielle Risiken für den Arbeitsmarkt zu mildern. Genau da haben wir es auch. Eine zu hohe Basispunkt-Reduktion könnte eben genau das suggerieren. Hey, es gibt Probleme und wir sollten lieber aus den volatilen Assets flüchten. Die Krypto-Community sieht diese Zinssenkung eher umstrittener. Da sehen wir beispielsweise, dass sie erwarten, dass der Bitcoin-Kurs erstmal bei der Zinssenkung steigt, aber langfristig bärisch werden, beziehungsweise darauf folgend bärisch werden. Denn diese gesenkten Zinsen sind Anreiz für neue Investitionen auf den US-Märkten, was gut zu betrachten ist. Das heißt, langfristig ist das super und auch notwendig, aber sie signalisieren ebenfalls auch allgemeine Schwäche. Und genau das ist das Problem, da Bitcoin im Generellen ein Risk-Asset ist, sogar ein High-Risk-Asset. Und dementsprechend ist es so verzwickt. Wie gesagt, Bernstein sieht das eher positiv. Mit einer wahrscheinlichen Zinssenkung sehen die DeFi-Erträge wieder attraktiv aus. Dies könnte der Katalysator sein, um die Krypto-Kreditmärkte neu zu starten und das Interesse an DeFi und Ethereum wiederzubeleben. Und dementsprechend ist es nicht nur eine leere Aussage, sondern sie tun auch tatsächlich das, was sie denken, beziehungsweise was sie auch sagen. Und wir sehen es hier, diese Vorhersagen veranlassten Bernstein, das auf Ethereum basierte Liquiditätsprotokoll AVE in sein Portfolio aufzunehmen. Das verleiht den Worten von Bernstein auf jeden Fall Gewicht, denn sie reden nicht einfach irgendwas und prognostizieren irgendwas, sondern sie handeln dementsprechend auch nach ihrer Analyse. Das finde ich persönlich positiv. Und ich finde ebenfalls auch, dass man diese gesamte Thematik nicht zu hart sehen sollte. Man sollte sich den Risiken auf jeden Fall bewusst sein, ändern können wir persönlich aber nicht viel. Und wenn wir mal auf den Kryptomarkt schauen, dann sehen wir, es gibt dennoch einige Altcoins, wo es sich auf jeden Fall lohnt, vorher eingestiegen zu sein, beziehungsweise eingestiegen zu sein, wo die Panik sehr, sehr groß war. Wäre das auch anders gesagt, Zui, Tia, Phantom, die Kryptowährungen, wo ich im Generellen sehr viel darüber rede, aber auch Kryptowährungen wie Tau beispielsweise. Ansonsten gehen wir mal zum nächsten Thema und zwar ist der Binance-Gründer Changpeng Zhao bald wieder frei am 29. September nach vier Monaten Haftstrafe. Sehr interessant, auf jeden Fall mal eine krassere Wendung hier. Denn die Staatsanwaltschaft hatte im Mai ursprünglich eine dreijährige Haftstrafe gefordert, weil er kein wirkliches Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhielt, also dieses Anti-Money-Laundering-Gesetz beispielsweise. Dies könnte in der Theorie auch ein bullischer Katalysator für Krypto sein, dann wäre nämlich auch der September zu Ende. Da könnten wir auf jeden Fall jubeln, aber das ist mehr oder weniger Spekulation, so viel können wir dazu auch nicht sagen. Fakt ist, dass Binance die größte Börse ist im Krypto-Raum und wir sehen es auch, sie notieren die neuen Polygon-Token POL. Das heißt, die Polygon-Migration geht weiter und weiter vonstatten. Und bis heute wurden 6,67 Milliarden Matic-Token zu POL konvertiert. Dementsprechend ist jetzt nun zwei Drittel des Gesamtangebots konvertiert worden. Jetzt wollte ich unbedingt zu Swiss Money noch einmal zu sprechen kommen. Ich habe lange gewartet, weil ich mir noch sehr viel Informationen einholen wollte. Ich habe ja auch Videos zu Swiss Money gedreht gehabt. Dementsprechend sehe ich mich da auch in der Verpflichtung, das wenigstens in diesem Video hier zu thematisieren. Für diejenigen, die nichts mit Swiss Money im Hut haben, kein Swiss Money-Konto haben, die können das gerne skippen. Ich vernicke die Times im Jahr auch immer unten, das heißt, das sollte kein Problem sein. Denn vor ca. 4 Monaten, zum 1. Juni, bin ich eine Partnerschaft mit Swiss Money eingegangen, weil ich den Service sehr, sehr gut fand. Erstens war Bitwavo zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verfügbar. Das heißt, Bitwavo war komplett im deutschen Raum nicht mehr mit drin. Und man braucht zu 100% eine Plattform, wo man am Ende auch seine Gewinne realisieren kann. Und das ist Bitwavo immer zu dem Zeitpunkt gewesen, bis sie nicht mehr in Deutschland verfügbar waren. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, wir brauchen unbedingt eine neue Plattform, weil Gewinn müssen wir auf jeden Fall übertragen. Und für diejenigen, die das noch nicht ganz so wissen, wir können nicht wirklich Gewinn per Maxi oder per BingX oder Qcoin realisieren. Qcoin vielleicht schon eher, aber bei vielen Börsen, die eigentlich nur aufs Trading aus sind, beziehungsweise auch viele Kryptowährungen listen, da wird das sehr, sehr schwer, dieses Geld, was man am Ende hat, auch von den Börsen auf sein Konto zu übertragen. Weil sie beispielsweise den Sitz in den Seychellen haben und so weiter, was im Grunde kein Problem ist. Aber hier kommen auf jeden Fall deutlich mehr Probleme auf einen hinzu. Dementsprechend gibt es auch Börsen, die genau dafür gemacht wurden, beziehungsweise die eben regulatorische Rahmenbedingungen erfüllen, die eine gewisse Seriosität haben, wie Bitwavo oder Bitpanda oder sonst was. Oder aber auch Swiss Money. Und da hat eigentlich auch alles so weit so gut funktioniert. Das Einzige, was nicht ideal war, war der Support von Swiss Money. Swiss Money, aber da habe ich auch gehört, da sollte es Besserung kommen. Und dann haben sie sich kurzerhand entschlossen, hey, Business to Consumer, also das, was sie eben gemacht haben, ist nicht so rentabel. Und wir wechseln von Business to Business. Wir cutten einfach komplett alle Influencer-Verträge, beziehungsweise so gut wie alle. Dementsprechend bin ich auch nicht mehr mit Swiss Money verpartnert. Im Endeffekt ist Swiss Money eine sehr, sehr coole Plattform. Wir sehen auch, dass sie hier einige weitere Kryptowährungen mit integriert haben. Aber es gab so einige Probleme, beispielsweise aber auch Fox Pay, wo sie auch verschiedene neue IBAN-Accounts erstellen und auf einmal hier kostenpflichtig geworden sind, beziehungsweise werden sollen. Und diejenigen, die Swiss Money haben, die sollten es ja auch hier beim Support als Information bekommen haben. Swiss Money Support, am 2. September kam die Information. Und es geht auch um den Fox Pay IBAN-Account, das hier zum 31. Oktober starten wird. Und sie werden, wie gesagt, nun bei Low-Risk-Profilen 10 Euro pro Monat abbuchen, bei Medium-Risk 25 und bei High-Rix 50 Euro. Und falls die Balance 0 ist bei dem IBAN-Account, dann wird er deaktiviert. So, was ich gemacht habe. Ich habe mein gesamtes Geld rübergezogen. Wenn ihr hier bei Currencies etwas habt, Geld habt, dann müsst ihr das tatsächlich erst einmal auf eine Kryptowährung draufgehen, sagen wir mal Tron beispielsweise. Dann müsst ihr auf Trade gehen und dann müsst ihr Fiat-to-Crypto-Conversion machen. Und dann, wenn ihr beispielsweise 1000 Euro da drauf habt, dann bekommt ihr diese Tron-Anzahl und dann müsst ihr 12 Euro an Gebühren bezahlen. Es gibt einige Kryptowährungen, die ihr auf jeden Fall danach noch besser versenden könnt, gebührenfrei. Ich hatte die Polygon-Matic genommen, wo mir danach aufgefallen ist, warte mal, ich kann gar nicht sicher gehen, ob diese Polygon-Matic hier schon migriert wurden oder nicht. Dementsprechend habe ich eine Menge an Gebühren gezahlt, musste die nochmal swappen, konnte die nur in UCT swappen, und musste dann pro Transaktion nochmal 12 Euro Gebühren bei Tether bezahlen. Das war sehr ärgerlich. Dementsprechend, was ich machen würde, das Gute ist, ich kann die Informationen natürlich an euch weitergeben, weil ich es auch selber gemacht habe, entweder XRP nehmen oder AVAX oder Tron und dann überweist ihr das einfach an Bitwavo. Der Grund, den sage ich auch nochmal gleich. Dann bezahlt ihr hier eure festen Gebühren und von Tron, XRP, AVAX und Matic, da sollte es nicht wirklich hoch sein. Die Transaktionsgebühren, Matic, wie gesagt, würde ich aber lassen. Bei UCT habt ihr beispielsweise 12 Euro an Gebühren, beziehungsweise 12 USDT. Diese Informationen bekommt ihr auch bei Settings und dann müsst ihr hier oben auf Fees draufgehen und dann müsst ihr hier ganz runtergehen. Digital Asset Trading Desk und da seht ihr auch Digital Asset Withdrawal. Das ist das Wichtige und da seht ihr hier, wo ihr am wenigsten bezahlt. 0,001 AVAX ist sehr gut. Ein XRP ist auch vollkommen fein, ein ADA ebenfalls. Somit würde ich sagen, die Thematik wäre dann abgehakt. Dann würde ich mal sagen, wir schauen auf die Bitcoin ETF-Flows und hier hat sich innerhalb der letzten Woche viel verändert. Erstens haben wir wieder positive Zuflüsse im Großen und Ganzen gesehen, was positiv zu betrachten ist. Aber ich bin ja auch auf die Problematik drauf eingegangen, dass BlackRock, dass bei IBIT keine Bitcoin mehr hinzufließen, sondern nur noch abfließen und das tatsächlich seit einer längeren Periode. Und hier haben wir endlich Klarheit, seit dem 16. September gab es zum ersten Mal wieder Zuflüsse seit circa zwei Wochen. Das heißt, die Anleger haben sehr wahrscheinlich auch wieder mehr Vertrauen bekommen. Sie haben gemerkt, okay, diese Hacking-Angriffe, die scheinen wohl mehr oder weniger aus der Luft gegriffen worden zu sein. Und das ist schön zu sehen. Ebenfalls ist es auch schön zu sehen, 263 Millionen Zuflüsse an einem einzigen Tag zu haben, insbesondere, da die nicht durch BlackRock verursacht wurden, sondern bei Fidelity, dann aber auch bei Bitwise, bei ARK Invest. Ich finde persönlich, das ist eine gesunde Änderung. Bei Ethereum müssen wir nicht so viel dazu sagen, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Nur Abflüsse und wenn mal Zuflüsse kommen, dann ist es eher die Minderheit. Und wenn mal Zuflüsse kommen, wie am 13. September, dann sind es 1,5 Millionen US-Dollar. Sehr, sehr, sehr schlecht. Und noch schlechter ist es, wenn wir überlegen, dass Ethereum eigentlich so der Vorreiter ist für die Altcoins. Denn wenn Ethereum den Bitcoin outperformt, dann gibt es auch den Altcoins das Signal, hey, ihr könnt jetzt mal richtig loslegen und jetzt wird die Explosion folgen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das tatsächlich ausgefallen. Und das ist sogar länger ausgefallen, als ihr euch das vorstellen könnt wahrscheinlich. Dementsprechend gehen wir mal in die Charts. Das ist der Ethereum im Vergleich zum Bitcoin-Chart auf zwei Tagesbasis. Und da sehen wir, dass wir ein All-Time-High mehr oder weniger erreicht haben zum 8. September 2022 und seitdem in einem Zwei-Jahres-Downtrend gefangen sind. Wenn wir uns das mal ganz genau anschauen wollen, dann sind das 740 Tage, wo Ethereum deutlich schlechter performt als Bitcoin, was im Grunde genommen kein gutes Zeichen ist. Zwei Jahre Downtrend, das ist immens. Ansonsten werfen wir einen Blick auf die anderen Charts. Wir sehen im 4-Stunden-Timeframe, dass sich hier so langsam wieder ein Bullish Cross bildet, was natürlich auch schön zu sehen ist, was uns weiteren Aufschwung beim Bitcoin geben kann. Und ebenfalls ist es auch schön zu sehen, wir sind ja kurzfristig korrigiert von den 60.000 bis runter auf die 58.000 circa, konnten aber die relevante Marke wieder recht schnell zurückerobern und sind jetzt circa mit der 60.000 US-Dollar-Marke am Kämpfen. Aber wie gesagt, das deutet für mich zumindest auf eine recht starke Kursentwicklung beim Bitcoin drauf hin. Und mit genügend Impulsivität können wir hier auf jeden Fall nochmal höher ansteigen. Das sehen wir auch wieder im Generellen bei der Total Market Cap, da sind wir wieder auf den 2 Billionen US-Dollar. Ansonsten müssen wir die Struktur weiter beobachten. Im 1-Stunden-Timeframe des Bitcoins, also in dem sehr, sehr kurzfristigen Timeframe, waren wir dabei, seit dem 6. September ein Higher High und ein Higher Low zu bilden. Mal schauen, ob das so weitergeht. Denn unser Primärziel ist es natürlich immer noch, auf jeden Fall über die 65.000 US-Dollar-Marke zu schießen. Und wenn wir uns das mal anschauen, und zum aktuellen Zeitpunkt bräuchten wir hier noch circa einen 11% Pump und hier sollten wir dann am Tagesscandle natürlich auch drüber closen. Dementsprechend ist diese Marke extrem relevant und würde den Altcoins auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Motivationen geben, anzusteigen. Und wenn dieses FOMC-Meeting positiv ausfallen sollte, dann sollte das theoretisch natürlich auch genügend Impulsivität bieten. Das heißt, hier gilt es auf jeden Fall ein Augenmerk drauf zu legen. Ansonsten befindet sich der Altcoin-Chart, also unser Total-3-Chart, im recht hohen Bereich, müssen wir sagen. Dementsprechend könnte dieser impulsive Anstieg auch zu einem Breakout führen. Wir bräuchten zum aktuellen Zeitpunkt nicht mal mehr 9%. Und ein 10% Pump könnte uns auf jeden Fall deutlich stärker nach oben bewegen und einen wirklichen Breakout suggerieren. Ansonsten werfen wir mal einen Blick auf die kürzlich getätigten Investitionen. Wir haben hier Kudos. Da wurde zum 14. September eingekauft zu circa 0,007 US-Dollar. Und zum aktuellen Zeitpunkt befinden wir uns hier 20% Profit. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Des Weiteren gehen wir auf Phantom. Hier hatten wir ja zum 7. September eingekauft gehabt, bei dem sehr, sehr starken Support-Bereich. Der hat für mich einfach zu gut gehalten. Dementsprechend habe ich hier dann einfach investiert. Und zum aktuellen Zeitpunkt sind wir hier 44% im Profit. Und wie wir es auch sehen, Phantom ist einer derjenigen, der mal wieder sehr, sehr gut ansteigen kann. Nicht ohne Grund investiere ich auch in die Kryptowährungen, die mir die Signale geben. Hey, hier geht's ab, hier geht's los. Ansonsten ist die Liquidation Heatmap sehr interessant. Denn wir sehen, hier wurde viel Liquidität rausgefischt. Immer mal wieder durch diese gesamten Anstiege und Abstiege. Zuerst wurde am 16. September hier die Liquidität rausgefischt. Kurz mit einem Pump. Bei den 58.000 US-Dollar Liquidität rausgefischt. Und dann ging es wieder nach unten. Und jetzt nähern wir uns langsam den oberen Bereichen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, da hier auch so viel Liquidität gebildet wurde, dass wir die 57.000 US-Dollar nochmal erreichen und von da aus dann stärker ansteigen können. Aber im Generellen würde ich sagen, das hängt alles von dem FOMC-Meeting ab. Dennoch langfristig auf Krypto sollte man auf jeden Fall bullisch sein. Ganz klar, wir haben die Bitcoin-Börsenbestände, aber nicht nur Bitcoin, sondern im Generellen diese gesamten Altcoins, die auf einem Rekordtief sind. Und je weniger Angebot wir auf Börsen haben, denn Börsen machen den Preis, desto leichter ist es, den Preis in die Höhe zu katapultieren. Was ebenso super ist. Denn das geschieht nämlich durch eine Verknappung. Ebenfalls suggeriert es aber auch Stärke, da die Holdler an ihren Coins festhalten. Das heißt, dass diese nicht kurzfristig rumtraden wollen oder sonst was. Denn wenn man die Kryptowährung nicht auf einer Exchange hält, sondern auf seiner Wallet, dann heißt das, man möchte die halten und zwar langfristig. Denn wenn man seine Kryptowährung verkaufen möchte, dann hält man sie nicht auf den Exchanges, sondern auf den Börsen, um auf den perfekten Zeitpunkt zu warten, um seine Kryptowährung zu veräußern. Dementsprechend siehst du hoffentlich, wie spannend die Phase ist. Aber wir bekommen auch recht schnell Klarheit und die Information auf dem Silbertablett geliefert. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, du auch. Falls es der Fall ist und du noch kein Teil der Community bist, gerne ein Abo dalassen, Glock aktivieren. Und falls du ein Mehrwert aus diesem Video gezogen hast, sehr gerne ein Like geben, sowie den täglichen Algorithmus-Kommentar. Damit ist mir natürlich immer geholfen. Und apropos, diese Flasche ist keine Olivenölflasche. Vielen Dank. Ansonsten bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen und wir sehen uns dann bis hin zum nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Bild Dich